Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir uns mal um das Thema Brewster-Winkel kümmern. Wir wollen uns also anschauen, was ist der Brewster-Winkel, wie komme ich auf den Brewster-Winkel, wie leite ich den her, aber auch ein Beispiel sehen, wo man da eine Anwendung für hat und welcher Effekt unter dem Brewster-Winkel auch noch auftritt. Schauen wir uns also erstmal die Definition an, und zwar ist der Brewster-Winkel nichts anderes als jener Einfallswinkel, bei dem der ins Medium gebrochene Strahl um 90 Grad versetzt zum reflektierten Strahl steht. Das bedeutet, der Gangunterschied zwischen den zwei Strahlen, wenn man das als Gangunterschied bezeichnen möchte, sind genau 90 Grad. Wir können es also mal kurz an einer ganz kleinen Beispielskizze skizzieren, wenn der Lichtstrahl hier reinbricht und wir hier genau 90 Grad haben, dann ist der Einfallswinkel, den wir hier haben, dieser der Brewster-Winkel. Das mal als entscheidende Kenngröße. Wie berechne ich diesen Einfallswinkel jetzt? Das ist also relativ simpel. Wir haben wieder unser Snellius-Schiss-Berechungsgesetz, das ist hier N1 mal Sinus Theta 1 ist gleich N2 mal Sinus Theta 2. Wir wissen auch, dass jetzt 90 Grad Unterschied vorliegen sollen, das heißt Theta 2 ist 90 Grad minus Theta 1. Kann man auch sehen, wenn man dieses Bild, was ich eben gezeichnet habe, einzeichnet, dann erkennt man, dass eben 90 Grad minus Theta 1 da eingesetzt werden muss. Wenn wir das jetzt einsetzen in unsere Berechnung, dann kommt da eben N1 mal Sinus Theta 1 ist gleich N2, haben wir ja gerade aufgeschrieben, 1 drüber mal Sinus Theta 2, was nichts anderes ist als N2 mal Sinus, und jetzt eben eingesetzt 90 Grad minus Theta 1. Und wenn man da eben die Transformation zwischen Sinus und Cosinus einsetzt, Sinus von 90 Grad minus irgendwas ist einfach Cosinus von 90 Grad mit dem Minus drin, also das ist N2 mal Cosinus von Minus Theta 2 an der Stelle. Und da der Cosinus vom Null symmetrisch ist, können wir das Ganze auch einfach kürzen zu einem N2 mal Cosinus von Theta 2. Das ist also schon mal, äh, jetzt habe ich Theta 2 reingeschrieben, Entschuldigung, das ist natürlich Theta 1. Das ist der gleiche Winkel, den wir da haben. Also N1 von Cosinus, äh, N2 von Cosinus mit mal Cosinus von Theta 1, so rum. Und wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, also ich kann ja hier nochmal den ersten Teil abschreiben, N1 mal Sinus Theta 1 gleich N2 mal Cosinus Theta 1, dann kann ich daraus leichten Tangens machen, indem ich eben Sinus durch Cosinus auf die eine Seite bringe und dann eben erhalte, dass Tangens von Theta 1, was ja gleich Sinus Theta 1 durch Cosinus Theta 1 ist, ist gleich N2 geteilt durch N1. Das ist schon mal eine gute Erkenntnis, denn somit kann ich also dann meinen Brewster-Winkel berechnen. Also Theta 1 ist gleich Theta Brewster, wenn eben genau diese Bedingung gilt, die wir hier oben eingesetzt haben. Das ist Tangens hoch minus 1 von N2 geteilt durch N1. Und damit habe ich im Endeffekt meinen Brewster-Winkel bestimmt und kenne jetzt meine Formel. Was wichtig ist, der Tangens ist definiert, beziehungsweise der Tangens hoch minus 1 für Zahlengröße, aber auch kleiner 1, anders wie das jetzt bei der Totalreflexion mit dem Sinus hoch minus 1 der Fall ist. Auch dazu ein Video in der Infobox verlinkt. Bedeutet, wir können also einen Brewster-Winkel haben für den Übergang von einem optisch dichten ins optisch dünne, wie von optisch dünne ins optisch dichte. Was ich hier nochmal markiert habe, ist es also egal, ob wir aus einem kleineren N1 kommen oder aus einem größeren N1 kommen und in ein kleineres oder größeres N2 gehen. Der Brewster-Winkel existiert für beide Fälle. Hier nochmal die Skizze, die ich eingezeichnet habe. Hier sehe ich gerade, das ist natürlich nicht ganz richtig. Der Theta Brewster liegt natürlich immer zum Lot an. Also hier Theta Brewster und hier Theta Brewster-Winkel. Und die 90 Grad, die eben entscheidend sind für, wenn der Brewster-Winkel anliegt. Und was ich hier eingezeichnet habe auch noch, was eben dieser entscheidende Effekt ist, der auftritt beim Brewster-Winkel, ist, dass das Licht polarisiert wird. Und zwar unpolarisiertes Licht, das im Brewster-Winkel auf eine Oberfläche trifft, wird eben so polarisiert, dass der S-polarisierte Anteil des Lichtes reflektiert wird und der P-polarisierte Anteil durchtritt. Und das ist eben ein entscheidender Effekt, den man nutzen kann. Ich habe da das Ganze nochmal kurz zusammengefasst. Also ein entscheidender Effekt, der unter dem Brewster-Winkel auftritt, ist, dass unpolarisiertes Licht polarisiert wird. Der reflektierte Lichtstrahl ist S-polarisiert, das ist die TE-Welle also. Und der transmitierte Lichtteil ist P-polarisiert, also eine TM-Welle. Was ich jetzt eben im Endeffekt da nutzen kann, ich kann das als eine Anwendung in dem Plattenpolarisator verwenden. Da kann man sich das Ganze mal hier wie folgt anschauen. Wir haben also hier irgendein Medium, zum Beispiel Luft, und dann eben ein zweites Medium mehrfach hintereinander geschaltet. Weil, was natürlich in Realität passieren wird, ist, wenn wir uns das nochmal hier angucken, den exakten Brewster-Winkel wird man nie treffen. Man wird immer um 0,000, was weiß ich, 1 Grad falsch liegen, wenn man nicht genau bestimmen kann. Wodurch dann natürlich auch die Polarisation nicht 100% korrekt stattfindet. Gerade wenn man das mit der Hand so ein bisschen ausrichtet und den Winkel händisch justiert, sage ich mal, dann ist da keine ideale Polarisierung vorliegend. Was man machen kann, ist einfach diese Polarisierungsstufen mehrfach hintereinander schalten. Desto häufiger, desto besser wird das Licht natürlich polarisiert. Hier jetzt in drei Stufen mal angenommen, dass es ausreichend polarisiert wird. Was dann passiert ist, wenn wir das Ganze uns einmal aufskizzieren, in dem Fall, dass wir zum Beispiel sagen, der S-polarisierte Anteil ist quasi so ein Ball hier, der vorher als Wellenteil auftritt und der P-polarisierte Teil ist im Endeffekt wie folgt ausgerichtet, also über die Pfeile. Dann wird natürlich der Ball hier größtenteils reflektiert, weil die S-Polarisation quasi abgelenkt wird im reflektierten Strahl. Und die P-Polarisation, die tritt quasi durch. Wir haben aber keine ideale Eigenschaft hier, das heißt, es ist immer noch ein geringerer Teil an S-Polarisation vorhanden, der eigentlich hätte abreflektiert werden sollen. Der wird dann hier quasi dann weiter weg reflektiert, sodass wir nur noch einen ganz kleinen Anteil an S-Polarisation haben und der P-Polarisationsteil bleibt natürlich erhalten. Und in der dritten Stufe geht dann auch der letzte S-Polarisationsteil weg und wir haben quasi eine fast nahezu vollständige P-Polarisation. Wir können also zusammenfassen, hier oben eine S-Polarisation und hier unten am Ausgang dann ein P-polarisiertes Licht, also beziehungsweise den P-polarisierten Lichtanteil von unserer vorher unpolarisierten Welle. Man sieht also, mit dem Brewster-Winkel kann man tatsächlich auch Anwendungen in der Technik finden, die Vorteile haben, zum Beispiel, wie gesagt, bei dieser Polarisationsmethode. Im Allgemeinen ist es aber meistens einfach nur entscheidend zu wissen, okay, unter dem Brewster-Winkel findet eben eine Reflektion statt, und zwar vom S-Polarisierten Teil. Das heißt, unter dem perfekt ideal anliegenden Brewster-Winkel ist der Reflektionsfaktor für den S-Polarisierten Anteil des Lichtes 100%. Das ist sehr entscheidend und man kann eben diesen Einfall-Winkel, für den das auftritt, einfach nur anhand der Brechungsindizes der Medien eingesetzt in den Tangens bestimmen. Falls es dazu Fragen gibt, natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video.